Mein Name ist Michael Schwarze und ich unterstütze Elke Simon Kuch. Ich kenne Elke seit 1995 flüchtig über meine Tätigkeit als Leiter Kinder-Jugend-Student-Marketing und dann später persönlich 1999 über den Weißenfelser Handball. Ich schätze an Elke ihre Fähigkeit, sich den Problemen, die die Menschen vor Ort bewegt, persönlich anzunehmen, zu kümmern und auch konkrete Lösungswege aufzuzeigen. Das ist das, was zählt. Elke ist meine Wahl, weil ihre Argumente und ihre Stimme überzeugend sind im Landtag aus unserer Region heraus. Ihre Stimme hat Gewicht. Sie ist quasi wie ein Leuchtturm, den wir alle brauchen. Bis zum nächsten Mal.